Hallo, heute sprechen wir über das Fach NTG Industriemeister Metall, Elektro und Kunststoff Kautschuk. Am Ende möchte ja jeder nur die Prüfung bestehen und das möglichst gut. Aber bevor man die Prüfung schreiben kann, muss man doch viele Dinge tun, damit das eben auch sicher geschehen kann. Die Prüfungsvorbereitung, oder besser gesagt, die Vorbereitung auf das Fach NTG, beginnt eigentlich schon mit dem ersten Unterrichtstag oder bei dem einen oder anderen schon direkt früher. Wichtig ist, dass man sich mit seinen Hilfsmitteln, die einem zur Verfügung gestellt werden, von seinem Bildungsträger vertraut macht. Bei Ausbildungseinrichtungen der IHK bekommen die Teilnehmer die jeweiligen Textbände zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gehört eben auch die Formelsammlung unter Taschenrechner oder gegebenenfalls ein Skript vom Dozenten dazu. Da es sich bei den naturwissenschaftlichen Grundlagen um eine Sammlung von verschiedenen Themenfeldern aus den Bereichen Chemie, der Elektrotechnik, der Wärmelehre, dem Begriff von Kräften und Festigkeit, von Energie über Bewegungslehre bis hin zur Statistik handelt, sollte man sich schon recht früh mit den Themen befassen.